Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir haben es schon zum Turm auf der Gerudo-Hochebene sind wir glaube ich, nennt sich das. Ja doch, Turm in der Gerudo-Hochebene haben wir es geschafft. Ist der Stein eigentlich... Den können wir hochdrehen. Nice, nice. Okay, auf jeden Fall haben wir es bis hierhin geschafft. Problem ist, hier gibt es irgendwie keinen Eingang. Ähm, hier ist ein Zelt. Aber hier wohnt niemand. Und meine Vermutung ist jetzt, der ist irgendwo verschütt gegangen, verloren gegangen. Keine Ahnung. Oh, wir können sogar was untersuchen hier. Bauunternehmen Doomstar. Tätigkeitsbericht von Schnabuda. Wer hätte gedacht, dass ein Kartografierturm so eingeschneit werden könnte, dass er nicht mehr nutzbar ist. Zum Glück blieb die Höhle, die wir als Materialdepot verwenden, von den Schneemassen verschont. Ich kehre nun zur ausführlichen Berichterstattung zurück. Okay, das bestätigt meine Vermutung. Achso, der ist eingeschneit. Das ergibt natürlich Sinn. Das ergibt natürlich Sinn. Aber auf jeden Fall bestätigt es meine Vermutung, dass wir hier in diese Höhle müssen. Und der Stein, keine Ahnung, was der uns bringt. Der bringt uns ein bisschen höher. Das, ja. Gut, aber dann ab in die Höhle und dann gucken wir mal, ob wir von unten irgendwie in den Turm reinkommen. So. Oh. Okay. Das wird lustig. Möchtest du Schnabudas Tagebuch lesen? Die erste Seite. Dies sind meine vollständigen Notizen über den Kartografierturm in der Gerudo-Hochebene. Bautagebuch Tag 1. Mannschaft hat die Baustelle erreicht. Kurz nach Baubeginn gewaltiger Schneesturm. Arbeiter suchen Schutz in nahegelegener Höhle. Höhle erscheint warm und sicher. Wird daher während des Baus als Wohnlager genutzt. Weiter. Bautagebuch Tag 3. Die gefundene Höhle scheint weit tiefer, als wir zunächst dachten. Forschungstrupps folgen der Flussrichtung des Wasserlaufs, um das Innere der Höhle zu erkunden. Bei weiteren Vordringen ist trotz der beachtlichen Tiefe der Klang von Hämmern zu hören. Wie kann das sein? So tief unter Tage sollten keinerlei Geräusche von der Oberfläche vernehmbar sein. Wir werden die Erkundung morgen fortsetzen. Bautagebuch Tag 6. Zusammenfassung der Höhlenerkundung. Höhle erstreckt sich bis genau unterhalb des Kartografierturms. Durch das Gewicht des Turms wäre der Untergrund vom Einsturz bedroht und muss durch Stützen gesichert werden. Bautagebuch Tag 10. Der Bau des Kartografierturms ist endlich abgeschlossen. Der Bauerfolg ist purers Entwürfen sowie der klugen Vorbereitung durch das Bauunternehmen Dummster zu verdanken. Die vor Ort erforderlichen Konstruktionen beschränken sich auf ein Minimum, was die Bauzeit drastisch verkürzte. Da das Lager in Zukunft möglicherweise erneut genutzt wird, lassen wir einige Baumaterialien in der Höhle zurück. Erster Punkt auf meiner persönlichen Tagesordnung nach Rückkehr von diesem Berg. Eine heiße Suppe. Das kann ich nachvollziehen. So, okay. Da sind auch Fische. Aber ich weiß nicht, ob wir denen jetzt hinterher springen sollten. Das Klettert da an der Wand. Eine Klammerkröte vielleicht? Äh, nicht unbedingt. Aber ich nehme jetzt mal einfach an... Eine Klammer Exe. Okay, dass wir ein Fluss bauen müssen und mit dem den Fluss hin und da bringen müssen. Was anderes fiele mir jetzt nicht ein. Von daher machen wir das jetzt. Nehmen wir doch ein großes Brett hier. Zack. Ich weiß nicht, ob wir das noch irgendwie mit Fässern verstärken wollen oder so. Ich glaube, die schwimmen auch einfach so. Normal. Naja. Langsam. So. Und dann gucken wir mal. Wir mussten also direkt unter den Turm landen. Ich habe meine Zweifel. Es geht gerade in eine komplett andere Re... Oh, 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 oh. Ähm, ob das so schlau war? Ey, das Mayuri-Signum können wir hier auch schon mal? Das schwimmt weg. Toll. Und da ja. Stimmt, wir sind unter dem Turm. Hier sind die Stützen. Guck. Hiep. Guck. Und da hinten ist noch ein bisschen mehr Kraut. Eisfrucht habe ich auch noch nicht fotografiert. Habe ich die schon gehabt? Doch, bestimmt. Hiep. Röchsam. Gut, dann geht's weiter. Wo geht es denn da lang? Oh, jetzt bin ich hinter dem Waffenfall gelandet. Lustig. Topaz, nehmen wir doch gerne. Lustig, okay. Na denn, dann kommen wir ja jetzt in den Turm rein, hoffe ich doch mal. Und nicht einfach nur daneben. Das ist sogar noch ein bisschen einfacher als ich angenommen habe. Was ist denn da? Ja, aber wir sollten dann doch eher da genau in die Mitte. Ja, das Brett ist zum Glück dahin geblieben. Ja, das war jetzt nicht so schlau, Kumpel. So. Dann können wir doch eigentlich da hoch, oder? Haha. Aber fast im Wasser gelandet. Ach, meine Güte. Na ja. So lange es funktioniert. So eine kleine Höhle hier. Mit Wildbären. Und Frostkraut. Na sowas. Süß. Na gut, dann ab nach oben. Gut, dass wir warm angezogen sind. Es wird nicht wärmer. Vor allem, wenn wir hier hin, das ist ja wieder so ein Ding. Wenn wir hier hin teleportieren, wo landen wir dann? Da müssen wir uns die immer rausschießen lassen, oder wie? Scheint so. Naja. Uh, da ist noch so eine Kugel. Wie kommen wir da hin? Sollte da nicht eigentlich ein Rüste sein? Ich meine ja nur so. So, was haben wir denn hier Schönes? Einmal die Gerudo-Hochebene. Und da hinten. Genau, da könnten wir doch da... So leicht rechts könnten wir doch da hin. Und da hinten. Ah, da müssten wir uns aber dann langhangeln, um in die Kugel zu kommen. Sollen wir es mal vers... Ja, versuchen wir es mal, ne? Da sehe ich noch einen. Ja, die haben wir schon. Okay. Das ist die Geoglyphe, die wir schon haben. Gut, dass wir schon schön viel Ausdauer haben. Da müssen wir echt von... Von Insel zu Insel. Ein Stück weit können wir auch noch so... Ein Stück weit können wir auch noch so... Aber dann jetzt, äh... Ein bisschen. Ein bisschen. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Aaaaaah! Hier herrscht diese ganz fiese, niedrige Erdanziehungskraft. Puh. Puh. Aber immerhin kommen wir dann wahrscheinlich sehr hoch, wenn wir die jetzt die Raketen zünden. Nee. Hm, was hab ich jetzt erwischt? Puh. 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 Nee, nicht ganz. Puh. 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 So, mal schauen, wie hoch es uns verschlägt. Können wir hier noch was cooles sehen vielleicht? Da hinten ist noch ein Turm. Aha, guten Tag. Jawoll ja. Dann wissen wir auch, wo der ist. Sehr gut. Ohne ein Schreien oder so. Nee, sieht schlecht aus. So, wir müssen jetzt quasi hier von Insel zu Insel. Mal schauen, wie weit wir hier kommen. Wir müssen da jetzt ein gutes Stück hier zurücklegen. Aber hier ist immerhin diese komische... Hier fällt man nicht so schnell. Also hier ist auf jeden Fall eine Insel, aber ich sehe nicht, ob ich hier mit der weiterkomme. Hier ist noch so eine Plattform. Die würde ich vielleicht jetzt ansteuern, einfach zur Sicherheit. Ich muss hier ein bisschen auftassen. Das war ja Zeitsuche. Ich wollte es eigentlich... Ja, wir sind okay. Ja, wir sind okay. Ah, das könnte fast schon reichen, um in die Kugel reinzukommen. Wollen wir es versuchen? Ich würde es jetzt tatsächlich eher versuchen. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob das reicht. Aber eigentlich sieht es ganz cool aus. Ja, das sieht ziemlich cool aus. So, meine Hoffnung ist ja eigentlich... ...dass da ein Schrein drin ist. Aber das sieht mir gerade gar nicht nur Schrein aus. Was ist denn das hier? Oh Gott. Die Sternblickinsel. Hier ist auf jeden Fall ein Kapselspender. Was ist das? Nehmen wir doch mal ein bisschen was in die Hand und gucken, was da rauskommt. So, wo ist denn die Krämpfe? Da. Hier sind eben die Großen. Wo sind die Kleinen? Da. 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 Okay, dann haben wir was Neues dabei. So ein Piekser. Pfosten. Dieses Sonar-Bauteil wurde als Stütze für den Gebäudebau konzipiert. Pfosten können an Boden oder Wand so fest fixiert werden, dass du Probleme bis drauf klettern kannst. Schlitten. Dieses Sonar-Bauteil hat eine gleitfähige Unterseite. Schon die alte Sonar-Zivilisation nutzte den Schlitten nur damit über Wiesen und Sandflächen zu rutschen. Ein Blitzwerfer. Dieses Sonar-Bauteil erzeugt bei Stoßeinwirkung Starkstrom, der sich über die Spitze vorne entlädt. Der Kopf ist gut isoliert, daher droht für den Nutzer selbst keine Gefahr. Nice. Okay. Okay. Jetzt schauen, was wir hier haben. Das kann nicht gehen. Jetzt leuchtet das. Jo. Ich bin hier wahrscheinlich über diese Winddinger hoch. Oh Gott, das wird knapp. Okay. Jetzt leuchtet das hier. Scheint irgendwie was zu reflektieren. Ah, okay. Warte, warte, warte. Hier ist ja Licht. Ich bräuchte mal nochmal Luft. Das sieht ja so ein bisschen aus wie Spiegel oder so. Ups. Ja, genau. Und Lichtdinger. Ja, genau. Okay. Einen haben wir aktiviert. Aber wo sind es noch mehr von denen? Aha. Was ist der wohl hinleuchtend? Hier ist ja auch so eine Plattform. Ich denke mal, ich muss diese gelben Plattformen treffen und dann erscheint hier sowas wie ein Schrein. Das wäre jetzt meine Theorie. So, wo kommt jetzt so ein Wind noch her? Oh. So, wo fliege ich ein bisschen schneller als die Dinger. So, das kann ich auch drehen. Oh. So, das ist das. Also hier ist eine gelbe Fläche, da ist eine gelbe Fläche. Es sind mehr von denen. Dahinten ist noch jemand. Gott, oh Gott. Und ich weiß noch nicht mal, ob ich hier richtig liege. Mit der Kombi. So. Aha. Das reicht schon. Schon. Aber da ist doch noch einer. Ich dachte, ich müsste mehrere aktivieren. Aber reicht wohl auch. So. Nein. Lass es doch an. Musst zwar nicht, aber lass es an. Ich will das so. So. Der andere schien sowieso nur zu einer Ruhe zu führen oder so. Am wichtigsten ist jetzt erstmal der Schrei. So. Ist die Frage, wie wir aus dieser Kugel wieder rauskommen. Augeusegen. Das habe ich mir gedacht. so ein stern langstab langer starb mit etwas magischer kraft in walter zeit soll ein zauberer damit in edelsteinen schlummernde kräfte geweckt haben langstab ist halt schon praktisch dann haben wir schon diese diese schneebalanze verwendet auch wenn sie eine erhöhte haltbarkeit hat ja und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Schön, schön. Ich glaube, wir müssten schon vier Segenslichter wieder zusammen haben. Ich würde jetzt auch eher auf Herzen gehen, jetzt langsam. Ich habe das Gefühl, Ausdauer passt soweit jetzt erstmal. Aber wir kriegen immer noch sehr doll auf die Schnüsse teilweise. Ja, vier Segenslichter. Ich habe die Hivro hoch. Ich mache jetzt hier kein Theater wegen der einen Truhe hier noch. Wer weiß, ob da überhaupt was Brauchbares drin ist. So. Ist eigentlich nur hier zur Öffnung aus. Genau. Alles gut. Sehr schön. Du rutschst so langsam abwärts. Mist. Ich hatte gehofft, dass ich hier so ein bisschen wenigstens noch umgucken kann. Aber das klappt nicht so gut. Da oben sind halt noch Inselchen. Da hinten ist noch was. In welche Richtung gucke ich denn? Ich muss ja eigentlich jetzt genau in die andere Richtung. Wir wollen ja jetzt in die Richtung, beziehungsweise hier rüber, wo der nächste Turm ist. Wobei, ich sehe jetzt gerade, die Zeit ist schon... Ja, hier stehe ich gut. Hier stehe ich sicher. Alles klar, liebe Leute. Hier kommen wir auf jeden Fall raus. Wie auch immer wir es jetzt weiter angehen. Guck mal, hier sind mehrere. Hier ist einer. Hier ist so ein Zugang. Hier ist ein Zugang. Also meine Wüte Gerudo ist ganz schön durchlöchert, würde ich mal sagen. So, wir könnten hier lang. Hier irgendwo müsste ja auch noch eine Geoglyphe sein. Die würde ich vielleicht beim nächsten Mal angehen. Das war gar nicht so... Obwohl vom Turm aus, wenn wir den Turm dann finden, könnten wir ja dann wahrscheinlich auch die Geoglyphe finden. Wo haben wir denn jetzt meine Aufnahmen hier? Da. Guck mal, das ist ja so genau... Dazwischen. Das ist hier so am Fuße. Vielleicht auch hier am Fuße von dem Plateau. Also hier irgendwie im Kaisertal oder so. Dann würde ich sagen, versuchen wir doch mal... Ich bin ganz schön weit gekommen, ne? Wow. In die Richtung zu gehen. Vielleicht sogar einfach hierhin teleportieren und dann in die Richtung. Muss ich mal gucken, ob ich mal ein bisschen... Ja, wir können uns hierhin teleportieren und im Zweifel sogar nochmal in die Luft schießen. Und dann gucken, ob wir hier irgendwas finden. So würde ich es machen. Ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder bei. Und wir sehen uns. Ciao, ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.